Wie jetzt? Heute keine Charts? Na gut, wir haben häufig drüber gesprochen, die zweitwichtigsten Daten oder die wichtigsten, wir werden das sehen, aber zumindest mal aktuell sehr wichtige Daten sind die US-Arbeitsmarktdaten am ersten Freitag im Monat, das war heute und zwar um 13.30 Uhr wegen der Zeitumstellung, noch Zeitumstellung, denk dran, nächste Woche wird es wieder normal sein, die Amerikaner stellen am Wochenende um und damit ist die Welt nächste Woche wieder so wie wir sie kennen, 14.30 Uhr die Termine und um 15.30 Uhr Börsenstart und um 22 Uhr ist Börsenschluss, also so wie wir das gewohnt sind. Heute gab es die Zahlen, die Nonfarm Payrolls und dann sehen wir, was sind die Nonfarm Payrolls, das sind die neuen Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft, deshalb Nonfarm und da seht ihr, da müssen wir hinzeigen, 531.000 erwartet waren nur 450.000, 312 waren es zuvor, die Arbeitslosenquote auf 4,6 gefallen, also ihr seht selber, was das Ganze bedeutet. Ich finde es nicht so schlecht, auch nochmal einen Blick drauf zu werfen, die Weekly Hours, wie viel wurde gearbeitet, wir sehen die Arbeitsstundenzahl durchschnittlich ist leicht rückläufig gewesen, also es wurde weniger gearbeitet, allerdings nicht ganz unspannend, tatsächlich sind zwar die Lohnkosten, die Average Hourly Earnings im Oktober im Jahresvergleich deutlich höher nochmal als in der Vorperiode jetzt hier, aber so wie erwartet, also von der Seite aus zumindest mal kein großer Einfluss. Aber ihr wisst alle, ich bin kein Number Cruncher, mir ist das fast egal, denn was sagen uns die Zahlen? Ich habe keine Ahnung. Wichtig ist, was sagen sie den anderen Marktteilnehmern und wie haben sie darauf reagiert? Und das ist ein Thema, was wir am Chart sehen. Der Chart hat es positiv aufgenommen, ganz besonders sehen wir das beim Dow Jones, denn der hat gesagt, hier, guck mal, was ich kann und ist hier nach oben weggeschossen. Die Bewegung sehr, sehr deutlich und damit sehr ermutigend für die bullische Seite. Es gibt also nach wie vor kein Anzeichen dafür, dass der Kurs wirklich keine Lust mehr hat nach oben, die Marktteilnehmer sind voll da und die Jahresendrallye, über die wir ja schon mehrmals gesprochen haben, die läuft offensichtlich schon und selbst wenn, und ich bin nach wie vor der Meinung, irgendwann wird das kommen, aber nur weil ich das hier zeichne, muss das nicht hier sein. Ich mache mal was Ketzerisches, das kann auch da oben erst starten, aber dieser Rücksetzer wird kommen, aber auch der wird, wenn er in etwa so aussieht, diese Jahresendrallye ja nicht wirklich stoppen, sondern eher sagen, haha, mit Pause geht es umso schneller weiter, dann können wir da weiterlaufen. Also, ich will das jetzt nicht beschreien, dass es sofort passiert, ich weiß auch nicht, in welcher Größe das exakt passiert, nur wenn es irgendwie korrektiv ist, Jahresendrallye scheint Programm zu sein. Die Marktteilnehmer nehmen das alles sehr, sehr positiv auf und gehen nach oben eben entsprechend raus. Was kann man also sagen? Ja, nix, kaufen. Ja, wie kaufen? Ja, kaufen, was soll ich sagen in so einer Situation? Man kann hier, ich bleibe mal hier für euch im Intraday-Bereich, wir können ja mal gucken, im Übergeordneten machen wir mal wieder ein extra Video dazu, aber wenn ihr hier im 5-Minuten-Chart sowas seht, was sehr steil nach oben gegangen ist, der Kurs kam von oben offensichtlich. Ja, wenn ihr da nicht sicher seid, könnt ihr einfach mal so rüber messen, hier rüber messen und seht ihr, ah, der Kurs kam von oben, also ist das hier so der Start und wenn ihr so eine Bewegungswelle habt und dann habt ihr eine A, B, C, A, B, C, das ist immer ganz gut sich zu merken, so dreiwellig. A, B, C. Das ist so ein Klassiker, wenn ihr das habt, dann sind das klassische Trigger. Ich will jetzt nicht sagen, guck mal, mit dem Trade, ich habe es genau gewusst und mache euch alle reich, es ist ein Standardprozedere und ich verpasse solche Situationen immer wieder mal, aber wenn man sie sieht, ja, dann kann man sie auch mal mitnehmen. Das hängt natürlich ein bisschen von der Uhrzeit ab, wer heute Morgen um neun und noch nicht bereit war, da einen Order reinzustellen, der hat diese Bewegung jetzt verpasst. Ärgerlich, häufig höre ich dann, das ist die Once-in-a-Lifetime-Chance, das kriegt man so schnell nicht wieder. Lasst euch gesagt sein, das gibt es dauernd, das ist eine Standardsituation, allerdings gibt es das auch dauernd, dass man es verpasst. Ich weiß nicht, vielleicht seid ihr da besser drauf. Mir geht das häufig so, dass ich mal was verpasse. Wenn ich es aber sehe, wenn ich in dem Moment dran bin, wenn ich noch freies Kapital habe, dann sage ich, jawohl, Bedingungen erfüllt, eine Seite stark, die andere Seite schwach, jetzt kann man es mal wagen. So, also, die Aufwärtsseite ist aktuell noch die coolere, um es mal so lapidar zu sagen. Wir sehen, dass wir jetzt im Moment so ein bisschen runterkommen. Ihr könnt euch vorstellen, wenn das in diese Richtung ist, naja, mindestens eine Fortsetzung nochmal. Ja, kann man dann nicht auch sagen, das, was wir hier haben, mindestens nochmal plus x? Nee, das geht dann nicht. Denn wenn ihr jetzt sagt, das geht auf jeden Fall, dann müsstet ihr sagen, okay, ist das die starke Aufwärtsbewegung vorher? Dann messt ihr das, messt ihr das und dann sagt ihr, ah, der Kurs kam von unten. Also ist das nicht die erste Bewegungswelle. Das, was ich euch hier gezeigt habe in den horizontalen Linien, ist nur diese Vereinfachung. Viele von euch wissen das. Das ist nicht ganz perfekt. Das ist nur so der schnelle Quick-and-Dirty-Test, wie wir immer sagen, dazu. Also mal ganz schnell drüber gucken, ist das eine echte erste Welle? Ist es eine echte erste? Dann können wir sagen, kommt nach der Korrektur das Gleiche nochmal. Also können wir das theoretisch darüber ziehen und haben eine Idee, wohin das geht. In dem Fall, aber wie gesagt, kam der Kurs von unten, geht das nicht. Nochmal zum Vergleich, machen wir ein kurzes Lehrstück dazu. Wenn ich sage, ja, ist das denn die erste Bewegung gewesen und ich messe das, Kurs kam von oben, also ja, also erste, also zweite, also ist die nächste dann die dritte, die geht so lange plus x. In dem Fall war x sehr lang. Manchmal sagt man sich, naja, ich nehme lieber Gewinne mit. Ich gebe zu, ich bin eher ein Gewinnmitnehmer. Ja, siehste mal, guck, dann hättest du die Bewegung verpasst. Das mag sein, wobei nicht immer bin ich Gewinnmitnehmer, manchmal, oder beziehungsweise wir trailen ja auch den Stop. Das hängt immer so ein bisschen davon ab. Aber ganz egal, wie ihr drauf seid, ob ihr sagt, den Spatzen in der Hand, den habe ich lieber als die mögliche Taube auf dem Dach. Alles safe, in jedem Fall. Ob ihr euch für die oder für die Variante entscheidet, ihr seid mit diesem Ansatz gar nicht so doof unterwegs. Und könnt es ja auch gerne vermischen mit anderen Handelsansätzen, die ihr noch vielleicht zusätzlich kennt, die ihr mögt, wo ihr ein Fable für habt. Und dann könnt ihr sagen, okay, das geht. So, gucken wir noch mal auf die anderen. Was kann man denn in der aktuellen Situation sehen? Ja, korrektiv aktuell, also eventuell Fortsetzung nach oben. Zumindest sieht es aktuell nicht nach einer scharfen Abwärtsbewegung aus, weil dafür ist das sehr wackelig, was wir hier haben. Hier ebenfalls sieht das nicht nach einer scharfen Abwärtsbewegung aktuell aus. Hier könnte man das mal vermuten. Und wenn der Kurs auch sehr wackelig hochgegangen wäre, dann hätte man vielleicht gesagt, okay, da geht doch noch was. Ja, aber ist ja nicht nach oben gegangen. Das war in dem Moment ja nicht zu sehen. Klar, um die Termine müsst ihr mit solchen Sachen rechnen, dass sowas passiert. Aber in dem Fall war das nicht wirklich existent, weil der Rücksetzer ja viel zu klein ist. Als Stichwort und Tipp noch mal dazu, achtet auf die 38er Marke. Wenn man da noch ein ganzes Stück weit entfernt ist, dann ist das keine echte Korrektur. Spricht zwar für eine Fortsetzung, die gab es ja hier auch, aber nicht notwendigerweise in der gleichen Länge, weil das ist ja keine vollständige Korrektur, weil nicht in diese Zone reingelaufen. So, jetzt habe ich eine Menge erzählt. Ich hoffe, dass euch das inspiriert. Jetzt gleich selber auch noch mal auf die Märkte ein bisschen zu gucken. Aus dieser Situation was zu machen, ich weiß es nicht. Da sollen die anderen erstmal ran, aber ihr könnt natürlich die Sichtweisen, was wir gerade angeguckt haben, später wieder zur Anwendung bringen. Wenn er dann sowas gemacht hat, dann habt ihr hier, vielleicht auch im Kleinen, die Möglichkeit, das wieder anzuwenden. Und schaut euch andere Titel noch mal an. Es gibt so vieles. Erdgas, es gibt Rohöl, es gibt Gold, es gibt Währungen, die ihr euch angucken könnt. Oder eure Lieblingsaktien. Ob ihr da dieses Verfahren vielleicht auch anwenden könnt. Wenn es schön zu sehen ist, dann nutzt es. Wenn es nicht so klar ist, dann macht er was anderes. Das ist häufig die sinnvollere Variante. In diesem Sinne, für all diejenigen, die jetzt am Nachmittag noch mal gucken, toll, 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 viel Glück. Bis zum nächsten Beitrag. Für die, die ich nicht mehr höre oder sehe, ein wunderschönes Wochenende. Bis zur nächsten Woche.